Also Leute, ganz kurzes Video. Ich bin gestern Nacht aus Monza zurückgekommen. Jetzt ein Tag Bronsener Firma, dann geht es schon wieder weiter an die Nordschleife. Die ganzen Testtage stehen jetzt an. Morgen wird veröffentlicht, was ich nächstes Jahr fahre, beziehungsweise ein Teil davon. Jetzt bin ich heute nochmal ganz kurz hier. Ich habe ein E-Mail bekommen, meine neuen Felgen sind da, was Wahnsinn ist. Und zwar kommt man mit. Ihr seht hier, Luca Straßenauto von MoTec. Ich bin so dankbar, weil, ja ich habe es ja schon oft gemacht, ich gebe es zu. Aber, schaut mal rein, eine Hammerfelge. Dann nochmal vielen Dank an MoTec. Ich würde sagen, der Marco dreht jetzt mal ein Felgenporn. Keine Ahnung, schaut euch die Felge an. So, ihr habt es gesehen, eine Wahnsinnsfelge. Vielen, vielen Dank. Hinter mir seht ihr, die Autos sind echt gerade ein bisschen zerrupfet, jetzt alles vorbereitet. Für mich geht es jetzt schon wieder weiter. Wir sehen uns auch bald wieder, der Marco ist dann wieder dabei. Und ich freue mich, bis dann.